dass der das Beste ist, zum Weg Allahs einzuladen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der sagt, Entweder ihr gebiet das Gute und verbietet das Verwerfliche, oder Allah wird auf jeden Fall eine Strafe herabsenden, und dann werdet ihr ihn bitten, und die Bitte wird nicht erhört werden. Und das ist das, was wir momentan sehen. Bruder, glaub mir, wenn du in irgendeine Moschee gehst, und du fängst an rumzubrüllen, ja, weißt du, die Juden sind es schuld, nee, nee, die Christen sind es schuld, Amerika ist es schuld, Tony Blair, George Bush, dann sind alle froh. Dann sagen alle, boah, das war heute ein super Vortrag gewesen. Ja, das ist ein guter, ho, 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 der sagt die Wahrheit. Ja, der sagt die Wahrheit. Wisst ihr, was ich sage, ist das Schwachsinn? Weil es ist nicht denen ihre Schuld, das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld, wenn wir nicht an der Religion festhalten. Wir sind so am Beschwerden, schau dir mal die Lage der Muslime dort an und dort an. Du kannst was verbessern, nicht indem du blöd rumlaberst und andere von der guten Arbeit abhältst, sondern indem du dich selber verbesserst und dein Umfeld verbesserst. Weil wer den Dreck vor seine eigenen Haustür nicht kehren kann, der kann den schon gar nicht 10.000 Kilometer von hier entfernt kehren. Wenn jemand nicht in der Lage ist, seine ganze Umgebung zum Islam einzuladen, wie will er dazu in der Lage sein, irgendetwas in irgendeinem islamischen Land am Ende der Welt zu bewegen? Deswegen, halte die Leute nicht auf, die die Dauer machen, in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, sondern mach mit. Subhanallah, manche Leute sagen, wir wollen einen Kindergarten bauen für muslimische Kinder. Ist doch gut, oder? Alhamdulillah. Da kommt jemand und sagt, ja, was ist mit den Brüdern im Land so und so? Ja, okay. Ist das jetzt ein Verbot, ist das jetzt ein Verbot, etwas Gutes hier zu tun? Subhanallah, wer im Kuffer stirbt, ist in der Hölle. Was gibt es Besseres als das? Yahya ibn Ma'in, einer der größten Muhaddi-Firmen, was sagt er? Al-Zibbu an-i-Sunnah khayru min al-jihari fissabili lah. Die Sunnah verteid. Das ist nicht mal einfach. Ich zitiere nur. Ist besser als auf dem Weg Allahs zu kämpfen. Hassan al-Basri, der Schüler von Ibn Mas'ud, wisst ihr, was der sagt? Der sagt, Wer Wissen sucht, um damit den Islam wieder zu beleben. Und dann kommt zu ihm der Tod. Zwischen ihm und den Propheten wird im Paradies nur eine Stufe sein. Ibn Ukrayim sagt, Die Dawah ist der Jihad mit der Zunge und mit dem Herzen. Und er kann manchmal besser sein als mit der Hand. Das ist, was große Gelehrte gesagt haben. Deswegen kehre vor deine eigene Tür, aber störe keinen, der die Dawah am Arbeit macht. Hast du jeden in deinem Land aufgerufen, das Gebet zu machen? Hast du jedes Haus in Österreich gewarnt? Subhanallah. Der Prophet, a.s.w. sagt, Allah wird kein Haus lassen aus Zelt oder aus Stein, außer, dass er diese Religion reinbringt. Was hast du dafür getan, dass diese Religion das Haus kommt? Deswegen, für alle hier in Österreich, dieser Islam wird kommen. Ob man will oder nicht. Die reden hier von Islamisierung, stille Islamisierung. Was für eine stille Islamisierung. Rasant. Und das wird sowieso passieren. Da kannst du schon mal die Uhr nachstellen. Die Frage ist nur, zu welcher Seite gehörst du? Ist das schlimm oder was? Nimm Islam an zu deiner eigenen Rettung. Hast du 1,4 Milliarden Brüder und Schwestern. Das ist der Weg. Deswegen, was ich euch sage, wie könnt ihr die Menschen aufrufen? Wir freuen uns hier. Mashallah, ich habe gerade noch gesagt, so viele Frauen mit Kopftuch hier, mit Niqab, Mashallah, die an der Religion festhalten. Aber geh doch mal draußen auf die Straße. Wie viele sind da gerade, was weiß ich, mit ganz anderen Dingen beschäftigt? Wie viele sind da gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt? Wie viele arbeiten vielleicht sogar im Bordell? So weit ist es gekommen, weil wir diese Au-Au-Au-Arbeit verlassen haben. Wir freuen uns so viele Jugendliche hier. Die Zeile, die den Islam lieben, die sagen, wir wollen was über die Religion lieben. Aber wie viele sind vielleicht Drogendealer? Wie viele sind vielleicht weit weg vom Weg? Wie viele sind vielleicht vom Islam abgefallen? Das ist das Problem. Und hier ist die Frage, wie können wir etwas daran tun? Und wisst ihr, was das Problem ist mit der Dauer? Wir warten, bis die Leute sich verirren. Das heißt, die Moschee steht und dann wird gewartet, bis jemand sich in die Moschee verirrt. Leute, das macht keiner so hier auf der Straße. Oh, ich bin in der Moschee gelandet. Ach super, ich bin in der Moschee gelandet. Alles nette Leute. Jetzt würde ich den Islam annehmen. Das gibt es nicht. Du musst auf die Leute zugehen. Du musst auf die Leute zugehen. Aber wie gehst du auf die Leute zu? Oder hast du gedacht, jemand, der besäuft sich und dann stolpert der und fällt in die Moschee rein, oder wie? Und dann sagt er, ach, hier finde ich es schön warm, hier bleibe ich drin, oder was? Du musst rausgehen, die Leute holen, aber wie machst du das? Und das ist die Frage. Und deswegen, ich bin nicht hier hingekommen, das habe ich eben gesagt, einfach nur zur Unterhaltung. sondern ich bin hier hingekommen, um hier diese Stadt in Bewegung zu setzen. Dass jeder Einzelne, der heute hier ist, wie eine Lawine wird, als ein kleiner Schneeball und sich sagt, ich will für diese Religion arbeiten. Aber wie? Alhamdulillah, wir haben heute so viele Mittel. Wir haben heute so viele Mittel, wie jeder Einzelne was tun kann. Mach dir eine Liste, deine Schulkameraden, deine Arbeitskollegen, deine Familie, alles, und schau dir an, wo kannst du was tun. Alle Namen, schreib sie dir auf. Und dann glaubst du, was wir heute haben ist, selbst wenn du nicht so viel Wissen hast, du kannst den Brüdern und Schwestern oder den Nichtmuslimen CDs geben, Bücher geben, Flyer geben, wir haben diese Sachen. Wir wollen jetzt, dass hier ein Daba-Stand entsteht. Hier, Islam-Infostand Deutschland. Guck mal. Solche Stände haben wir in Deutschland jetzt. Und sowas muss es in Wien geben. Wie viele Einwohner hat Wien? Hä? Zwei Millionen. Wie viele Muslime ungefähr? 400.000? 400.000? 100.000. Ich denke gerade, Maschallah. Ja, wollen wir hoffen, dass nächstes Jahr 400.000 sind. Oh Allah macht das nächstes Jahr 400.000. Ich hoffe, heute fangen wir schon an, inshallah. Am Samstag ist schon jemand in Linz zum Islam übergetreten. Hier, guck mal. Solche Stände. Und dann werden dort Flyer verteilt. Ja? Broschüren verteilt. Und das müsst ihr euch vornehmen. Dass ihr euch gleich zusammen tut. Schwestern, Brüder und euch vornimmt. Was können wir tun? Du brauchst nicht viel Wissen. Wissenstaunen, mit den Leuten zu diskutieren. Sondern, dass man etwas macht. Dann haben wir auch Brüder, die jetzt demnächst in Meschid Tauhid Unterricht anbieten wollen, auf Deutsch. Damit man sich weiterbildet. Dass man auf Deutsch kommen kann. Mir hat das eben jemand gesagt, dass er die Unterricht machen will. Der Bruder hat auch, Alhamdulillah, studiert. Und Alhamdulillah, deswegen, nehmt daran teil, Brüder. Ihr müsst dieses Wissen lernen. Guckt mal, der Islam wird von überall angegriffen. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach zugucken und sagen, ach ja, es wird schon werden. Nein. Du musst was lernen von der Religion. Guck, was meinst du, was du für einen Aschal im jüngsten Tag hattest? Und deswegen, wie gesagt, wer das vorhat, der kann uns kontaktieren.